Und heute ist leider ein sehr schlimmer Tag, wo wir über einen Mord an einen Jugendlichen diskutieren müssen. Nancy Faeser spricht zum ersten Mal über den getöteten Philippus aus Bad Ouenhausen. Sie redet hier von einem Mord an einem Jugendlichen. Dabei ermittelt die Staatsanwaltschaft nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge bzw. wegen Totschlags aktuell. Allerdings hat sie ganz krasse, widerliche Statements abgegeben. Es liegt an der gescheiterten, an der nicht gelungenen sozialen Integration des jungen Manns aus Syrien. Und er hat nicht so schön gewohnt. Kein Spaß, Leute. Ich bin bald vom Stuhl gefallen. Ich habe euch mal mitgebracht ein Hamburger Vorzeigeprojekt mit Neubauwohnungen für Nicht-Deutsche. Denn Deutsche dürfen dort nicht einziehen. Das alles in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Frau Faeser wollte sich ja auf Anfrage erst nicht äußern zu Bad Ouenhausen. Aber sie hat jetzt inzwischen doch ein paar Worte gefunden. Und die, sie lassen einem den Ekel einfach den Rücken hinunterlaufen. Also, aber ich habe noch die anderen Bilder aus Hamburg für euch. Also, es lohnt sich dran zu bleiben. Wo der Täter ein Geflüchteter ist, der seit acht Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft lebt. Ein Jugendlicher, der gar nichts anderes kennt. Und ich glaube, dass wir diese Form der nicht gelungenen sozialen Integration viel mehr reden müssen. Wir müssen über die nicht gelungene Form der sozialen Integration hier mehr sprechen. Das Interessante, was Frau Faeser hier wieder betont ist, er lebt seit acht Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft. Und da muss man mal sagen, ja und? Er kam als 10-Jähriger, wenn die Altersangabe korrekt ist, nach Deutschland, 2016. Es gab dann ab 2020, also abdem er 14 Jahre alt war, Delikte in Baden-Württemberg, in Pforzheim, wo er zuerst untergebracht war. Davon Diebstahl, acht Fälle, einmal schwerer räuberischer Diebstahl. Dann 2023, nochmal fünf Fälle von schwerem Diebstahl, betraf vor allem Zigarettenautomaten. Es gab Hausfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung 2022, hat er mit einem Schlagstock auf den Kopf eines Opfers eingeschlagen. Dann Drogendelikte und Versuch der Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern 2022. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt. Das sind nur die Delikte aus Baden-Württemberg, ab 2020, Verurteilungen bis heute null. Dann ist er umgezogen 2023 nach NRW, nach Bad Euenhausen. Dort gab es auch schon einen schweren Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten, einen Verstoß gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz und einfachen Diebstahl. Verurteilungen bisher null. Das hat nichts mit nicht gelungener Integration zu tun, Frau Faeser. Das hat etwas mit einem nicht funktionierenden Rechtsstaat und einer schlafenden Justiz zu tun. Der junge Mann hätte hier schon nach acht Fällen des Diebstahls wegen bandenmäßigem Diebstahl mal länger ins Gefängnis gemusst. Aber er ist noch nicht mal verurteilt, noch nicht mal zu Sozialstunden. Auch die Körperverletzung, der Angriff auf den Kopf eines Opfers mit einem Schlagstock. Wir sollten dringend mal darüber diskutieren, dass alle Angriffe auf den Kopf inzwischen als Mordversuch oder als versuchte Tötung gewertet werden. Denn wenn man da oben die Festplatte versucht zu drangsalieren mit der Faust, dann ist am Ende Koma oder Hirntod die Folge davon. Es gibt sonst keine Begründung, warum man den anderen im Gesicht oder am Kopf mit seinen Händen drangsalieren muss. Der aktuelle Vorwurf ist Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, so zumindest laut Staatsanwaltschaft. Es geht jetzt hier allerdings weiter mit unserer abtrünnig, tiefunwürdigen Innenministerin. Also es wird immer schlimmer, Leute. Es ist nicht immer nur politische Bildung, sondern da geht sozial ganz schön was auseinander, was wir nicht gestemmt bekommen haben. Über diese Fragen... Da geht es nicht nur um politische Bildung, da geht sozial was auseinander und die Vollidioten klatschen auch noch. Sie haben überhaupt nicht verstanden, dass das Hauptproblem ist, dass sie zu viele Leute geholt haben, die sie hier nicht integrieren können, weil viele das nicht wollen. Nochmal, es ist in patriarchalisch geprägten muslimischen Ländern erlaubt, seine Frau zu schlagen, sie zu misshandeln. Der Koran hat dazu ganz eigene Verse, die er ausspricht. Und das haben wir importiert und zwar leider zu Hunderttausenden. Wir haben 450.000 Afghanen alleine in diesem Land, zumindest wenn die offiziellen Zahlen stimmen. Über diese Fragen haben wir lange nicht geredet, weil alle gucken immer nur auf die Zahlen. Das ging nach 2016, also 2016 war noch sehr hoch, 2017 massiv runter. Und dann ist das aus der Öffentlichkeit weg gewesen. Aber vor Ort war das Thema nicht weg, weil der Wohnungsmangel schon da war, weil wir es nicht geschafft haben, die Geflüchtete in Wohnraum unterzubringen, sie wirklich sozial zu integrieren. Niemand hat mehr darüber gesprochen. Nein, niemand hat mehr über die armen Flüchtlinge gesprochen, Frau Faeser. Es geht immer nur um die Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ich frage mich, in welcher Welt sie hier wirklich leben. Es ist inzwischen peinlich und grotesk, dass sie sagen, wir sind dafür verantwortlich, dass Leute, die vor Hunger, Krieg und Verfolgung fliehen, die teilweise noch nicht mal vier Wände und ein Dach über dem Kopf hatten, geschweige denn fließend Strom und fließend Wasser, die bringen wir bei uns unter. Ja, in Massenunterkünften. Aber sie haben Strom, sie haben warm, sie haben Essen, sie haben Trinken, sie haben fließendes Wasser vor allem. Sie müssen nicht zehn Kilometer ins nächste Dorf fahren. Und dann sind wir dafür verantwortlich, dass wir nicht genug Integration angeboten haben. Nein, Leute, Integration ist keine Bringschuld des Gastgebers. Integration ist vor allem eine Hohlschuld dessen, der kommt. Er muss doch dafür sorgen, dass er sich selbst in den Arbeitsmarkt integriert. Also diese Diskussion. Aber das ist die Denke von Frau Faeser und das ist am Ende auch das Problem hier. Und ich zeige euch gleich, wie sie in Hamburg die Flüchtlinge untergebracht haben, wo du und ich uns nicht bewerben dürfen für eine Neubauwohnung. Jetzt sprechen seit letztem Jahr alle wieder darüber, dass die Flüchtlingszahlen wieder nach oben gehen. Und die Kommunen, weil sie das erste noch nicht bewältigt haben, in massive Schwierigkeiten geraten sind. Das kann man auch gar nicht schönreden. Ach so, Frau Faeser, weil die Kommunen von der ersten Flüchtlingswelle so in Schwierigkeiten geraten sind und das nicht verarbeitet haben. Das kann man nicht schönreden, sagen sie. Und sie wollen die Grenzkontrollen abschaffen am 19.07. Ich weiß ja nicht, was sie so zu sich nehmen, aber anscheinend ist es ein ziemlich guter Stoff, würde ich mal behaupten. Nehmen Sie Ihren Koffer und gehen Sie, kassieren Sie 18 Monate lang Übergangsgeld und dann weg mit Ihnen, Frau Faeser. Es ist völlig unerträglich, was Sie inzwischen hier täglich vom Stapel lassen. Und das Zweite ist, dass wir einen sehr hohen Zuzug über die Balkanroute hatten und Deutschland ein Land ist, wo viele denken, den Flüchtlingen geht es hier wahnsinnig gut. Dass Deutschland ein Land ist, wo viele denken, den Flüchtlingen geht es hier gut. Ja, Ihnen geht es hier auch gut, nur Faeser dreht das jetzt wieder in. Das Gegenteil, aufpassen. Wenn wir den Fall wie heute lesen, ist es, glaube ich, auch an uns, auch mal aufzuzeigen, dass nicht alle so toll untergebracht sind. Wenn wir den Fall von Bad Euenhausen, dem totgeschlagenen Philippus, uns anschauen, liegt es wieder an uns. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sollte wirklich so schnell auswandern, wie es irgendwie geht. Danke, Ampel, an das neue Staatsbürgerschaftsrecht seit dieser Woche. Ich kann mir jetzt einen zweiten Pass besorgen. Ich bin schon auf der Suche nach einem geeigneten Land, damit ich hier mir diesen Schwachsinn nicht bis an mein Lebensende antun muss. Es ist wirklich unerträglich, schwer fassbar, was diese Frau vom Stapel lässt. Aber es sollte eine Mahnwache geben, ja, auch von der AfD in Bad Euenhausen für den verstorbenen Philippus. Die Mutter des Verstorbenen, ja, sie war aktiv in der Flüchtlingshilfe. Das ist nichts Schlimmes. Sie haben Ukrainer geholt. Sie sind ja selbst eine Familie, die aus mehreren Teilen Europas bestanden hat. Aber nachdem offensichtlich war, dass es hier ein politisches Problem gibt, nämlich das politische Problem, dass wir einfach alle aus Syrien holen und hier lassen. Wir fragen gar nicht mehr, was passiert mit denen. Wir holen ja ständig neue. Das ist jemand, der jetzt acht Jahre da war. Und dann hat die Mutter dazu aufgerufen, jetzt müssen wir demonstrieren gegen rechts. Die Rechten dürfen das nicht instrumentalisieren. Und da, da ist bei mir dann vorbei, Leute. Also, wenn mein eigenes Kind Opfer eines Zugewanderten wird, dann kann ich nicht hingehen und kann sagen, die Leute, die sagen, dass die Zuwanderung hier zur Kriminalität beiträgt, das ist ein Problem, dagegen dann demonstrieren. Oh, Leute. Oh, Leute. Das hat Philippus nicht verdient. Er hat auch nicht verdient, dass die AfD hier Mahnwachen hält. Das ist genauso unappetitlich. Leute, es muss sich in der Bundespolitik was ändern. Und dafür hatten wir jetzt Ruvenlauer. Gestern war es vier Wochen her. Der Polizist, der tot ist, haben schon wieder die Hälfte, hat es schon wieder vergessen. Aber wir haben hier jetzt einen Beitrag. Ich danke der Jungen Freiheit. Sie haben hier eine größere, mehrteilige Dokumentation. Ich zeige euch das mal, wie sie hier untergebracht werden. Das ist ein älteres Projekt, aber schaut einfach. Weiland führt uns nach Hamburg-Jenfeld. Hier sehen wir, was sich Hamburg leistet, um Asylbewerber langfristig unterzubringen. Wir sind hier in Jenfeld. Das ist ein schönes Beispiel für das Programm Perspektive Wohnen. Perspektive Wohnen ist ein Programm der Stadt Hamburg unter Olaf Scholz initiiert. Angestoßen wurde Perspektive Wohnen bereits 2015. Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeld teilte zu jener Zeit mit. Wir wollen Flüchtlingen mit Leibeperspektive eine gute Unterbringung und schnelle Integration ermöglichen. Deswegen haben wir dieses einmalige Programm aufgelegt, mit dem bis Weihnachten 2016 mehrere tausend Wohnungen in Hamburg entstehen werden. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Wir haben hier Sozialwohnungen nach aller modernsten Standard, sprich energetisch up-to-date, mitunter auch mit Tiefgarage, gut ausgestattet, große Balkone und Terrassen. Wer hier mehrheitlich wohnt, wird schnell deutlich anhand der Sprache, in der Aushänge wie dieser verfasst sind. In diesen Bauten der ersten großen Flüchtlingswellen leben vor allen Dingen Angehörige der klassischen Asylherkunftsländer, also Afghanistan, Irak, Syrien etc. Derweil haben die Anwohner im Nachbarviertel vor allem diesen Wunsch an die Migranten. Tja, auf Deutsch. Wahrscheinlich klappt es deshalb nicht. Apropos, was auch nicht klappt, da nicht vorgesehen, ist, dass diese schicken Wohnungen auch die Wohnungsnot der länger hier lebenden lindern. Denn Zurzeit können Normalsterbliche, also Einheimische oder auch Deutsche, hier keine Wohnungen bekommen. Diese Wohnungen sind nach wie vor ausschließlich für Flüchtlinge. Die Stadt hat versprochen, diese Wohnungen nach modernstem Standard irgendwann Einheimischen zur Verfügung zu stellen, aber das ist bislang noch nicht erfolgt. Und mehr noch, während Einheimische zum Teil jahrelang nach Wohnungen suchen, geht es für illegale Migranten mitunter so schnell in die neue Bleibe, dass noch gar nicht über die Asylenträge entschieden wurde. Parlamentarische Anfragen haben ergeben, dass hier auch Leute wohnen, die nur Duldungsstatus haben, selbst ausweisepflichtig sind und eigentlich nicht mehr in unserem Land sein dürften. Ihr habt gesehen, was die Realität ist in diesem Land. Ihr habt gesehen, was Frau Faeser gesagt hat. Und ihr habt gesehen, dass die Mutter auch da jetzt einen Aufruf gemacht hat, eine Demo gegen rechts. Wir sollten dieses Thema nicht weiter so groß beachten. Da ist ein junger Mann gestorben. Es gilt jetzt die Trauerphase einzuhalten und es müssen politische Konsequenzen gezogen werden. Aber nicht in Bad Euenhausen, da kann man die nicht ziehen, sondern in Berlin muss man sie ziehen. Wenn wir dann allerdings so eine Innenministerin haben, die von gescheiterter sozialer Integration spricht und dass die Leute eben nicht so schön wohnen, dann hat sie nicht verstanden, dass wir hier patriarchalisch geprägte junge Männer ins Land holen, die es gewohnt sind, dass andere beschlagen werden, dass das Messer gezogen wird und so weiter. Es ist das einfache Mittel zur Konfliktlösung. Das sagen einem die Leute auf der Straße, wenn man sie interviewt. Und wenn man politisch nicht die richtigen Schlüsse daraus zieht, dann wird das einfach weitergehen. Bad Euenhausen war gestern, Mannheim war vor vier Wochen. Morgen kann es deine Stadt sein, Essen, Berlin, Hamburg, Münster, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart, Ulm, Augsburg, Dresden, Leipzig. Ihr könnt euch was raussuchen. Ich könnte auch einfach alle Städtenamen runter machen. Das ist eine Frage der Zeit, wie ich euch sagte. Was soll heute schon groß passieren? Wir fragen nur Tatwaffe, Tatort, Tatzeitpunkt. Ganz einfach. Es gibt sie jeden Tag, die Delikte, die dann wieder die Statistik nach oben treiben. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch den Telegram-Kanal. Es wird heute vermutlich mal ein Update geben zu den verrückten Demonstranten in Essen, die den Bundesparteitag lahmlegen, schon seit heute Morgen 6 Uhr. Es gab vor 7 Uhr schon die ersten Einsätze von Pfefferspray und Kesselungen der Polizei. Es ist wirklich ein heißer Samstag für Essen angesetzt. Und es soll dort nicht gewittern. Schauen wir mal, ob die Lage eskaliert oder ob die Leute sich noch einigermaßen an Recht und Gesetz halten können. Damit sage ich Tschau, bis zum nächsten Mal.